Ich bin Charlemagne Victor Boucher. Wenn du im Alltag nicht so viel Zeit hast, nenn mich einfach Sharky. Willkommen im Disco Inferno. Mein besonderes Plätzchen, wo ich fern meines Bewährungshelpers oder anderen Zeugen oder Gesetzeshütern wie dir mal ich selbst sein kann. Hier kann ich meinem Drang nach Feuer und Chaos freien Lauf lassen. In einer sicheren Umgebung, ohne Hose und ohne Konsequenzen. Ja, jetzt hab ich ne Hose an, aber wer weiß, ob das in einer halben oder dreiviertel Stunde auch noch so ist. Ich hab hier ein zuckersüßes Soundsystem, das 110 Dezibel der heißesten Musik rauspustet, die es je gab. Jedes Mal, wenn ich die Anlage aufdrehe, kommen diese scheiß Sekten Angels angerannt. Ich weiß nicht, ob sie's lieben oder hassen, aber es macht auf jeden Fall Bock, sie einzuschmelzen. Und keine Sorge, diese Angels sind sowieso hirntot. Ich geb ihnen nur ein Halleluja mit auf den Weg in den Disco-Himmel. Willst du mir helfen? Macht echt Spaß, ich sag's dir. Ich verrate es auch keinem und wir müssen auch nicht unbedingt ne Hose anhaben. Ich sorge für Musik und den Flammenwerfer, um sie tanzen zu lassen. Du bringst dann... was auch immer du parat hast. Lass die Party beginnen! Oh, heute sind die Wüten! Pflanz! Wungen zu schwimmen! Auf! Die Engel sind verlängst! Wensch! Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ich bin ein paar Leute, die Böse sind da. Oh, Baby, Böse! Das ist going far low! Da kommt noch mehr! Immer auf den Kopf! Jetzt legt der Bouchard so richtig los! Aaaaaah! 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 Ehrlich gesagt, es ist schon gut, dass ich keine Ausrahlen habe! Ich krieg schon wieder eine Waffe! Aaaaaah! Scheiß drauf! Verdammt, ich kann nicht mehr! Ich schalt mal kurz ab, um Luft zu holen! Der aus dem Ostern, an den Amerikaner zu kommen! Fester! Scheiße! Meines Hinsaltes sind ein Arsch! Ich kann nur sie mich anhalten! Aaaaaah! 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 Oh, 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 oh! Das war's für heute. Oh, 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 oh. Oh, mein Gott! Mach so fast! 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 Was ist das? 2,000 Euro. Die Peggy ist auch ein bisschen. Was ist das? 2,000 Euro. Was ist das? 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 Ich habe eine Jünger. Mach schon Spaß. Aber ich hab's. Unterrichter! Ich kämpfe nicht mehr! Ich habe eine Jünger. 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 Das war geil. Wenn nur alle Cops so cool wären wie du. Was soll ich sagen? Ehrlich. Wir beide, das ist pure Chemie. Wir sind ein verdammt geiles Team. Alles klar. Mach dein Ding. Ruf mich, wenn du dich das nächste Mal mit den Angels anlegst. Wenn ich einen Nickel für jeden Sand bekommen hätte, den Sharky Burschaw je verbockt hat, wäre ich schon ein verdammter Millionär. Er ist trotzdem ne Kämpfernatur und scheißt auf ihn, Skate. Man muss halt nehmen, wen man kriegt was.